Jo, und die lieben Streamzuschauer haben es schon gesehen, wir zocken jetzt eine Runde Tiny Rogues, wir gucken mal rein, für einen schmalen Taler im Steam Store, wir gucken mal einfach, was es kann, sieht ziemlich nice aus, oder sah ziemlich nice aus, Version 018, zocken wir, select a class to play, Okay, okay, wir haben nur die eine, wir haben nur den Hero, a hot-blooded young hero on a quest to vanquish humanity's biggest adversary, can they defeat death, fortunes favor, grants a red dice anytime you enter a new, ähm, pass auf, haben wir language settings? Nein, haben wir nicht, oder? Nein. Gut, dann ist es so. Dann gehen wir einfach mal rein. The Pit. So, wer sind wir? Welcome, young traveler. I'm here to help you get going on your journey. Move with... Jo, easy. You can dash... Okay. Ach so, wir haben Stamina. You can use Bombs with X. Okay. Wow. Let's meet in the next room. To defeat stronger foes, you will have to arm yourself. Pick up items with A, open your inventory with Y. Okay. Physical... Oh, die... Die Scanlines sind ein bisschen hart, um ehrlich zu sein. Äh... Nein. Da. Ach, come on. Handy tip, if you want to know more about it. If you want to even more about it, because you can open the corrector panel with Select. Time for a real battle. We shall meet again in the next room. Okay. Okay. Well done. Now bear with me for... Now bear with me for a moment. In your journey, you sometimes will find food. Piers increase your dexterity, heat increases your strength, and candy increases your intelligence. Food will level you up and increase your power. Weapon damage scales with your attributes. Additionally, attributes from level ups give you health, stamina, and mana at 10 to 20. Okay, that's all I can teach you now, the rest will figure it out on your own, okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall selber schlagen, was erstmal ungewohnt ist, weil wir... ...nicht oft... ...in der Vergangenheit solche Spiele gespielt haben. Ähm... ...grants a key. Candy Intelligence, contain simple rewards, not locked. Wahrscheinlich können wir uns wieder nur... ...einen aussuchen. Wie bei Hades zum Beispiel. Level up. Musa, stacks of tipsiness are permanent. No pain, no gain. Defy death plus three times per room. Can't and don't have armor. Fusion effects are permanent. Ja, erstmal nix was uns irgendwie... ...wauw. Death claims another. Okay, also hungry for me. Okay, hier können wir aufleveln. Okay, hier können wir aufleveln. Let's, 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 let's damage. Mein Gott. First damaging hit attack... ...teg in a position. Achso, wir müssen es auch auswählen. Starbill plus one level. Plus one soul heart. Ja, nehmen wir das erstmal. Das niet. Schifftun. 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 Alterbill. Okay, und kreist immer den, den wir angreifen. Achso, können wir das jetzt nicht kaputt machen, weil wir keins... Oh Gott. Okay. Aber wir können auch gedrückt halten, das ist nice. Können wir noch nicht, weil wir keine Bombe haben. Okay, das macht es viel einfacher. Where could lead? Grunts Bombs, die nehmen wir. Das war ein Dexterity, nehmen wir auch mit. Das nehmen wir alles für die Level-Ups mit. Aber können wir... Okay, wir können die... Achso, CRT. Komm, machen wir es so, oder? Das sieht angenehmer aus. Ja, das sieht viel angenehmer aus. Ist trotzdem geil. Also der Grafikstil gefällt mir trotzdem. Aber die Scanlines waren eben zu hart. Das als Default ist schwierig. Ich weiß gar nicht. Ich könnte jetzt hier, wo wir uns noch blockt. Wundenchiffst, nirgends. Cool, ey. Cool, ey. Level up. Die sind ja fast alle ausschließlich irgendwie müllig, ne? Oh, bossy boss time. Time to feast. Okay, easy boss. I'm going to feed you to my children. Oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. So, nu aber easy, boss. Eh, nee, da war es nicht. Wo war das? Da war das. Ach so, es ist equipt automatisch, okay. Go to the next floor, let's check it out, oha, okay. The Boneyard. Tips for adventures 9 of 10. Did you know, most enemies and even bosses have a weakness to damage type. No way weaknesses can be handy when in possession of infusion consumables locked chests that can contain a barrier. Yeah. Yeah. We have a Schlüssel. Kohle, okay. contains weapons. Gucken wir mal, was es für eine Waffe gibt. Ach so, okay. Crimson stuff, magic. Was, was haben wir jetzt eigentlich? Warte mal. Apprentice Wand. Okay. Okay. Wird's ja eigentlich. Blowpipe. Poison Elemental Thrust. Okay. Oh, ich bin so low. What the? Oh, ich bin so low. Leveled by one, okay. Was sind denn die Dices, die ich da habe? Oh shit. Oh shit. Oh, dumm. Achso, da kommen wir nur durch, wenn wir eine Bombe nehmen. Das Bombs. Int. Random Magic Weapon. I am so cold and lonely, embrace me. Psychically, I am really embracing Benji. Don't be afraid of Death Touch. That's just so kind to us. Easy boss. Oh, was mache ich denn? Was hat das? Plus one heart. Nee, komm. The Jungle. Welcome to the Jungle. Oh, wow. Buy Items in Shops. Buy Items in Shops. So, was haben wir hier? Was ist das? Spawn of Mana? Ist da etwa 5 seconds? Oh. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Waffe ist ziemlich stark. Okay. Wenn du eine Kritiker's Kritiker Hit Chance hast. If I was den einen, der einen Schallart. Das war's für heute. Okay, war aber nur unser Soulheart, ist okay. You disrupt nature's peace, I will stop you. Who cares about nature's peace, you made me angry. Okay, this is now personal. Zeig mir doch mal, wie persönlich es ist. Okay, wenn das schon personal war bei ihm, dann weiß ich ja nicht. Floor 4, the Catacombs. Nein, wir sind mit unserer eigentlich gerade ganz zufrieden. Oh, come on, das ist ein Shatter-ropped-ropped-ropped. Oh, scheiße. Oh, Alter. Alter, was mach ich denn? Boah, ei, 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 ei. Oh Gott, nee, komm. Das ist ja hier. Sit, stay and have a drink. Okay, ich geh mal davon aus, wir können hier... Can I help you for a drink? Buy beer. Ho, 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 ho. I'm the real Satter, can you believe it? Hey, kid. Mind helping Satter out? Sell you a gift box for 20. Oh, dear. We save Christmas Spirits. Potion Satter, I need your strongest potions. Okay. 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 Yes. Uh, yep. Um, er... Hmm, ich habe nur noch Bambu. Wow. Was ist das? Hey, wo ist denn das? Okay. Upgrade Weapons to Repair Armored Neighbor. Need anything? Upgrade. Enhance your weapon. Of course, post time. Okay. Plus 1 Arme, was hat das? Next Floor. Oh, oh my god, oh my god. Level up! Oh, wir haben keine Kohle, ne? Kosten 10, ne? Oh, shit. Müll. Plus 3 Strength. Jo, mach das! Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Inventory voll. Schade. Okay. Äh, pass mal mal an der Aftershave. Okay. Minimum. Ja, wir müssen noch für die Kohle gehen. Oh. Oh. Das hab ich mich vorhin schon gefragt. Was ist das hier? Hä? Und jetzt? Achso. Oh. Ich bin mal. Das hab ich mich nur. Oh. Oh. At. Oh. 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 Das war ja super. Plus 3 Intelligenz nehmen wir. Grand Surrender Helm. Wir haben noch keinen Helm. Oh hier. Tut ähnlich Amun. Hauptschule. 2 plus 2 steht an der Tafel. Was kommt raus? Ja kommt. Oh mein Gott. Easy. Helmet. Magic Helmet. Was ist hier los? Wieso sind hier Haie? Und Krabben? What the fuck? Was passiert hier? Äh nö. Alter nur Müll hier. Boah was geht ab. Oh nearer. Oh. 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 Ein Herzchen, buy items in shop, was haben wir hier? Okay, magic quiver offhand, 20% re-fire with ball and crossbow. Nice! Stacks of tips in the game plus one internal proofs, increase damage, increase damage, upgrade weapons. Können wir uns was leisten? Kostet doch was, was? Oh, Müll! Oh, hier, Octopussy. Let's see. Okay, let's see. Okay, I'm going to play with you. Okay, let's see. Okay, let's see. Oh, shit. Oh, my God. Oh, nee, komm. Hör mir auf, ey. Okay. Also, ich finde das Menü super anstrengend. Oh, shit. 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 In dieser Ebene mal voll auf Gold. What? How? Wow. Alter. Okay, okay. Wir haben nichts gesagt. Gibt auch doch knackige Bosse hier. Hi, der Witzker. Ja, was soll ich sagen? Ganz cool. Das stimmt, wenn man sich reinfuchst. Ziemlich cool. Gerade mit den ganzen Sachen, die man jetzt hier noch so machen kann. Wenn wir jetzt hier... Nee, warte. Wo war das? Gerade wenn wir uns hier noch ein bisschen verstärken. Jetzt können wir hier ordentlich... Ordentlich Sachen reinbuttern. Ja. Nicht schlecht. Nettes kleines Spielchen von zwischendurch, würde ich sagen. Nichts, was ich jetzt gerade im Moment zocken möchte, glaube ich. Dafür bin ich zu sehr mit Dreamworld und mit Zelda. Und vielleicht Brutato am Start. Aber doch, hat Spaß gemacht. Also war eine nette, kurzweilige halbe Stunde. Hat Spaß gemacht. Und wenn man den CRT-Filter rausnimmt, dann ist es auch von der Grafik ganz cool. Anders ist es halt zu hart, ne? Aber... Ist ja Geschmackssache. Ähm... Ja, auf jeden Fall soll es das jetzt mit Tiny Rogues gewesen sein. Könnt ihr aber schreiben, wie ihr das Spiel findet oder gefunden habt in diesem kleinen halbstündigen Video. блö UN und dann Bomben dobr buscar. Ja. Bis dahinter.